Ich weiß, ob man mich nicht aufhören sollte, bevor es eskaliert, dass ich mich komplett wieder aufrege und dann für die nächsten fünf, sechs Tage nicht da bin. Macht auch keinen Sinn. Tut mir zwar leid, vielleicht komme ich später nochmal wieder, wenn ich vielleicht nochmal nicht vorne gepennt habe oder so, aber ich denke mir nicht. Kein Problem. Ne, übersprichend wünsche ich euch noch was. Viel erfolgreiche Runden. Dankeschön. Dir viel Spaß bei Fakway. Ja, ehrlich auch. Danke. Bitte, bitte. Hier ist Schatz. Fragbarer hat mich. Können erstmal vorgehen, ne. Werden vielleicht unten gesponsert. Ich auch nicht. schon zu viele verloren. Ein paar Runden machten etliche verloren. um. Ja. Já. cool. ـ Geht's hier nicht mehr weiter, doch. Ich hab gedacht Map Ende. Da schleicht jemand da vorne. Mach Ping weg. Es war komplett drauf. Tot. War im G3. Der ist tot, ja. Hier unten blitzt sie auch. Tot. Die haben gepinkt. Ja. Nimm die MG3. Da war der. Ne, doch nicht. Wo war der? Ich hab meinen Kill verloren. Der hat aber auch schon Schlüssel gehabt. Na, das war schon mal ein zweier Team. Was? Was? Das kann sein. Behälter wird gemacht. Da ist Alarm. Na gut, gehen wir erstmal zum Schatz. Einer ist mit einer Kiste abgehauen da oben. Ne, Quatsch. Der ist runtergefallen, ne? Ausgang ist zu und der ist unten. Na auf. Zum Schatz. Ich weiß nicht, er ist Alts da. Perfekt. Perfekt. Da ist Nägel, ne? Na. der 360 schuss für mg3 dabei die haben schatz geholt oder gesucht der eine der kiste liegen beide hier einer da weiter vorne wer hat auch eine svu dann nehme ich meine akm hier den hat der gehabt ich pute ihn mal ich habe es nicht genau ja gut die akm würde ich hier lassen gegen die svu ich benutze den pink hier wäre noch ein gegner kein hit jetzt gehen wir mal richtung abwurf jetzt 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 wer wurde eigentlich gemacht der ist aber noch zu warte schießt jetzt da drauf gut ich muss zuerst dran hier kommt ich habe keine spritze dabei du wahrscheinlich auch nicht auch koffein die kombination brauchst du das ist aber viel zeit gelassen jetzt jetzt hier 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 noch mal Nägel, weiß nicht ob du noch was aufheben kannst Komponenten Komponenten und Munition Komponenten 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 Komponenten